Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich nehme dich heute wieder mit. Der Tag hat heute schon sehr spannend begonnen, denn gerade eben war noch unser Architekt da. Also hier saßen wir wieder und haben gegrübelt, beziehungsweise Justus. Justus hatte nämlich schon wieder seine extra Wünsche. Ja, nicht extra Wünsche, wir können jetzt ein anderes planen, anders als es vorher möglich war. Genau, dass wir jetzt komplett ausziehen und alles nicht hier drin lassen müssen im Umbau, sondern dadurch, dass wir jetzt ausziehen, ergeben sich nun mal neue Möglichkeiten. Ja, also Justus möchte den Umbau hier quasi noch größer jetzt machen, mit noch mehr Dingen, die er jetzt noch neu machen möchte. Das hört sich jetzt schräg an. Nein, also es wird optimaler. Okay, jetzt mach du mal weiter. Weißt du, was er zum Architekten gesagt hat? Er hat gesagt, dieses Haus muss nach dem Umbau besser sein als das neue Haus, das wir uns gekauft haben. Damit ich hier wieder zurückziehen möchte, das hat er dem Architekten gesagt. Jetzt habe ich die Wetter. Ja. Nee, Justus hat jetzt, oder wir haben jetzt überlegt, dadurch, dass wir es komplett umziehen werden und alles ausräumen werden, was du hier siehst an Möbeln, ergeben sich natürlich die Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel eben auch das Wohnzimmer machen lassen, also den Boden. Unser Traum ist es ja eh schon immer gewesen, eine Fußbodenheizung zu haben. Das haben wir hier einfach nicht. Nancy, springt ein bisschen. Was? Das Problem beim Wohnzimmer ist nicht, dass da hier keine Fußbodenheizung drin ist, sondern wir haben hier eine Fensterfront drin und die ist schon ein paar Tage älter. Und das ist eben auch nicht energetisch. Genau, aber wenn man die jetzt saniert, ist es ganz gut. Und die Fußbodenheizung, die da drunter ist, die ist nämlich auch schon 50 Jahre alt. Die Fußbodenheizung. Ja, nee, nicht Fußbodenheizung. Genau, also wir haben ja hier diese komische Heizung. Wir fragen auch immer ganz, was hat ihr da hier irgendwie komisches am Metall? Das ist der Keller. Nee, da drunter ist die Heizung für das Wohnzimmer. Die ist schon wieder, auch wieder einen Tag älter. Ja, ich weiß nicht, ob das damals modern war, das so da unten. Nein, das ist als Wärmeschranke, damit eben nicht die kalte Luft sich da niederschlägt. Und jetzt ist es ja faktisch so, dass wir sagen können, okay, wir können dann hier auch sanieren, Fenster machen und dann hier auch die Fußbodenheizung rein. Das wäre sehr klug, das so zu machen. Und die Kinderzimmer oben wollte Justus dann eben auch dann die Böden neu machen, obwohl die Böden da schön sind. Ja, wir müssen aber aufpassen, wenn wir sanieren, dass wir nicht falsch sanieren. Wenn wir jetzt einfach nur von außen dämmen, dann fängt es an zu schimmeln das Haus. Das heißt, es muss belüftet werden und bei den Kindern ergeben sich bis in den Dachschrägen dann Kältebrücken oder was weiß ich was. Es muss Wärme in die Ecken auch reingetragen werden, damit es da nicht anfängt zu schimmeln. Und das haben wir heute praktisch besprochen, dass wir das auch machen können, dass es alles auf einer Ebene ist. Kleine Details. Naja, also du saßt hier schon wieder ein paar Stunden, ne? Also das ist immer so süß, ne? Mit Justus und seinem Architekten. Die beiden, das ist so eine ganz besondere Beziehung. Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Ja, das hört sich jetzt komisch an. Okay, nein, aber sie haben wirklich jetzt nochmal alles durchgesprochen. Auch wieder alle Details, weißte Lampen, das wollen wir alles weghaben, diese Lampen da. Wir wollen hier komplette Spots drin haben. Das ist so unser Ding. Ich finde, das sieht auch schön aus. Ja, und alles Mögliche, wo der Kühlschrank dann genau hingepasst wird und so. Und der Architekt, der macht das ja tatsächlich auch so, dass er sich mit allen anderen Handwerkern in Kontakt setzt. Also, dass wir da quasi ein bisschen Ruhe haben. Wir haben ja jetzt auch keine Ahnung davon. Also wenn der sagt, Mensch, das muss man so und so machen, dann sage ich ja, okay. Habe ich natürlich auch keine Kostenvorstellung, was das nachher im Endeffekt kostet. Ja, er kümmert sich auch. Das ist ganz gut, dass er sich darum kommt. Auch wenn wir uns dann Kostenvoranschläge reingeholt haben, zum Beispiel vom Badbauer, dann sagt uns der Architekt schon direkt, das ist total überteuert. Deshalb sage ich immer zu Justus, du musst vergleichen. Er ist halt so ein... So ein netter Mann, also er traut immer allen Leuten und denkt, die sind auch alle so nett. Nein, ich mache das anders. Ich habe für jeden Gegenstand, ich habe das viel einfacher, für jeden Gegenstand habe ich einen Wert. Also nicht einen Wert, der von tausend Leuten festgelegt wurde, sondern ich sage, das ist mir das wert. Die Kirche ist mir das wert. Entweder wir schaffen es wirklich, in dem Bereich zu bleiben, wo ich sage, das ist mir die Kirche wert. Und dann werde ich mich auch nicht weiter vergleichen. Oder, jetzt wie beim Bad, wir legen gleich mal 50% mehr drauf, als eigentlich geplant. Und ich habe da schon groß wie geplant. Ich finde das so... Das geht nicht. Ich weiß nicht. Dann muss ich vergleichen. Ja. Und ich bin so froh, dass wir diesen Architekten einfach haben. Weißt du, der hat Expertise, der macht das nicht zum ersten Mal, der weiß, wie viel ein Bad so kostet. Und dann sagt er uns auch ganz klar, nee, das ist zu teuer, lass uns einen anderen suchen. Oder ich mache das. Also total cool, wirklich ganz, ganz toll. Weil das wird, wie gesagt, noch ein Riesending. Also da haben wir noch einiges vor uns. Allein schon diese Sachen mit vergleichen müssen von den Handwerkern und so. Also es dauert einfach. Das zieht sich komplett. Aber... Alltag muss weitergehen. Teute teuer, oder was machst du hier gerade? Nein. Meine Brusthabe streichen. Ja, ich wollte dir noch was zeigen. Also heute gibt es zum Mittagessen was Leckeres. So wie immer. Bei uns gibt es ja immer nur Leckeres. Auf dem Speisepalant steht Schweinefilet mit Kartoffelpüree und dann noch halt Gemüse dazu mit Brokkoli. Und ja, Kartoffelpüree war bisher immer so ein bisschen schwierig bei uns. Also gegessen wird das total gerne. Ich liebe Kartoffelpüree, ne? Auch Kartoffelpüree ist so lecker. Aber bei mir wird das immer so matschig, weil ich keinen Kartoffelstamper habe. Und ich muss das immer mit so einem Mixer machen. Und dann wird das halt so schleimig. Ja, ich weiß auch nicht warum, ne? Ich mag das cremig. Warum? Ich weiß nicht. Das ist ja schlimm. Und jetzt habe ich gesagt zu Justus, nee, das geht so nicht weiter. Ich möchte eine gute Hausfrau sein, eine gute Köchin zu Hause. Ich brauche einen Kartoffelstamper. Und dann hat er jetzt gesagt, komm, dann lass uns jetzt losziehen. Wir holen jetzt einen Kartoffelstamper, damit ich heute zum Mittagessen einen ordentlichen Kartoffelpüree hinkriege. Jetzt fahren wir in die Kartoffelstamperfabrik und holen uns dort einen Kartoffelstamper. Ich bin so glücklich. Ich wollte das schon so oft, verstehst du? Und er hat immer gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Ja, warum soll man Kartoffeln stampfen, wenn man sie auch frittieren kann? Komm jetzt. Also jetzt fahren wir los tatsächlich, um einen Kartoffelstamper zu holen. Ja, ich freue mich so riesig darüber. Aber wir brauchen noch ein paar andere Sachen. Das habe ich auf meinem Handy. Und zwar ist es ja jetzt Herbst. Und es haben ja schon ein paar geschrieben. Nancy, es ist wieder Zeit. Für Hokkaido-Kürbis. Ich dachte, ja, es ist Zeit für Hokkaido-Kürbis. Ich liebe Hokkaido-Kürbis. Ich liebe diese Kürbiszeit. Entweder Hokkaido-Kürbis gefüllt, Kürbissuppe. Aber nächste Woche, jetzt, diese Woche, habe ich gehört, du bist auf Hokkaido-Kürbis. Ja, das Problem ist, Kürbis ist... Mag nicht jeder. Ja. Kartoffel nennt sie, wollte ich damit sagen. Aber den gefüllten Kürbis, den mögen die Kinder auch. Ja, aber nur die Füllung. Den Kürbis selber mögen sie nicht. Ich verstehe das nicht. Kürbis ist so lecker. Ja, Kürbis ist für mich so wie Süßkartoffeln. So süßliches, leckeres Ding. Wer den als erstes findet, hat gewonnen. Ich habe einen. Was? Ich habe gewonnen. Nee. Nee, das ist ein Kartoffelstampfer. Aber ich will einen aus Metall. Was ist das? Ja, das ist ein Kartoffelstampfer. Oh. Oh, Mr. Man. Ist das cool oder ist das unnötig? Ich glaube, das ist unnötig. Ach, das ist auch nochmal so ein Einer. Also Einer ohne Quietschen. Ohne Quietschen? Also schwarz oder weiß? Was willst du lieber, mein Schatz? Ich will den schönsten Kartoffelstampfer haben. Nee, ich glaube, das war's, Jostos. Mehr Kartoffelstampfer gibt es nicht. Das ist mein Kartoffelstampfer. Was? Das ist doch gar kein Kartoffelstampfer. Aber das brauche ich eigentlich auch. Das habe ich auch nicht. Für die ganzen Schnitzel. Wie heißt du Schnitzel? Ja. Ja. Der ist gut. Der ist mit rein. Ach, tatsächlich. Aber der ist ja riesig. Den kann ich ja gar nicht in meine Schublade tun. Das ist ja gar nicht rein. Steht da auch noch irgendwo. So ein Ding können wir ja nicht verschwinden lassen. In irgendeiner Schublade. Sondern? Der sendt immer in der Kichtel. Nee. Nee. Krass, was hast du für einen Kartoffelstampfer? Du musst das immer so übertreiben. Nee, wir nehmen jetzt einen ganz normalen mit. Also dafür, dass wir nur einen Kartoffelstampfer kaufen wollten. Wir wollten auch einen Kartoffelstampfer kaufen. Äh, ist es ein bisschen entartet. Loki. Alles gut, Waldi. Komm. So ist das Leben mit Katzen, ne? Es ist ein Einkauf, der unabhängig ist von dem Mittagessensplan, das ich dir letztens noch gezeigt habe, worauf ich so super stolz bin. Das war jetzt ein Zusatzeinkauf. Du wirst auch gleich sehen, da ist ganz viel Obst dabei, weil, ja, das muss man halt immer wieder nachfüllen, ne? Obst wird halt viel gegessen, aber auch ganz viele andere leckere Sachen und die zeige ich dir jetzt einmal. Also wir haben da im Supermarkt auch so eine Salattheke. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich finde, es sieht immer so super lecker aus. Aber wir haben gar keine Soße drauf gemacht. Doof, das habe ich vergessen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir so einen kleinen Salat zusammengestellt mit Couscous. Siehst du das? Oh, ich liebe Couscous. Ich weiß leider nicht, wie man das macht. Falls du ein Rezept dazu hast, dann schreib mir das bitte. Weil ich liebe Couscous. Also egal, wo es das gibt, auf irgendwelchen Familienfeiern oder so, wenn das jemand macht oder einfach so mitbringt, ne? Zum Grillen, dann... Oh, völlig nicht so riesig. Also Couscous. Und dann habe ich eine kleine Auswahl von allem. Ich habe gerade gesagt, wir haben gar keine Soße da drauf. Hast du Soße in deinen Salat gemacht? Ja. Oh Mann, warum sagst du mir das denn nicht? American Dressing habe ich doch mir geholfen. Ich habe das total vergessen. Ich habe bei mir so viel drauf gemacht. Das ist mir aber. Oh, ärgerlich. Naja, egal. Dann habe ich... Ja, okay. Ich habe es doch nur gekauft. Ich wollte dir nur die interessanten Sachen zeigen. Der Grund, warum wir überhaupt hingefahren sind, der Kartoffelstampfer. Endlich habe ich einen... Ich fühle mich jetzt richtig wie eine vollwertige Hausfrau. Ach so, Äpfel sind da jetzt einfach nur drin. In meinen Jutebeuteln. Dann haben wir hier noch einen Jutebeutel. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und zwar, Herbstzeit ist ja so die Zeit der Leckereien. Ich weiß auch nicht. Herbst, da wachsen Früchte, die es sonst nicht gibt. Es gibt tatsächlich schon die ersten Mandarinen. Riecht so gut. Wir haben jetzt nicht so viele davon mitgenommen. Nur vier Stück. Weil, ja, bei Mandarinen. Manche schmecken gut, manche schmecken gar nicht. Deshalb gucken wir erst mal, ob die gut schmecken. Wenn die gut schmecken, kaufen wir noch welche nach. Weil die fand ich so riesig. Mandarinen, das ist auch für die Kinder immer so ein Obst. Da können sie selber popeln und dann können sie es essen. Wir haben ja noch Trauben besorgt. Kannst du mal die dunklen, kernlosen. Das sind die, die wir gerne mögen. Tomaten, zwei Packungen. Auch eines der Gründe, warum ich überhaupt hingefahren bin. Unser erster Hokkaido in diesem Jahr. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Er ist so, ja, schön, perfekt von der Größe. Ich glaube, ich werde Kürbissuppe draus machen. Braten. Braten? Ja, hier im Ofen braten. Überbacken meinst du? Genau. Ja, das reicht ja nur für eine Person. Also für mich. Kürbissuppe schmeckt aber auch den Kindern. Und dir ja auch. Mit so ein bisschen noch... Stimmt, wenn du es pürierst, dann geht das. Ja, natürlich. Kürbissuppe ist ja püriert. Achso, du meinst meinen Kürbiseintopf. Ja, den mache ich auch gerne. Aber das mögen die Leute nicht hier in dieser Familie. Auf jeden Fall Kürbissuppe mit so ein bisschen Kürbiskernöl. Und dann noch Kürbiskernen. Super mega lecker. Lecker, lecker. Hast du das jetzt weggekommen? Ich zeig' gerade den Kürbis. Achso, halt. Nur Rasmati-Reis habe ich jetzt. Oh, hier sind jetzt so Blaubeeren. Also Blaubeeren haben wir auch gekauft. Die fallen hier schon auseinander. Das ist Justus-Salat. Genau, alles. Alles. Und Soße. Och, Mensch, ich ärgere mich so, weißt du, dass ich keine Soße in meinem Salat habe. Okay, unsere beiden Salate zusammen mit... Du hast den egeligen Couscous mit drin. Du magst doch auch Couscous. Nee. Nee? Nee. Wer mag denn bitte keinen Couscous? Ich finde das so lecker. Private Saison. Ja. Wir haben da was entdeckt im Supermarkt. Also wir schlemmen ja gerne, ne? Wir essen gerne. Wir probieren gerne Neues aus. Und da gibt es im Moment Bayerische Wochen. Die Bayern, die wissen, was lecker ist, ne? Ich liebe die Küche in Bayern. Wenn wir da wandern gehen, wenn wir in München sind. Och, richtige Hausmannskost, weißt du? Also so richtig deftig. Ich liebe das. Und wir hatten jetzt... Wird Spiegelein machen wir noch dazu. Ach stimmt, Spiegelein. Ja, also Leberkäse und Sauerkraut wollten wir dazu machen, ne? Sauerkraut haben wir noch zu Hause. Was macht man noch dazu? Was macht man zu Leberkäse? Schreib mir mal bitte. Spiegelein und Pommes. Spiegelein und Pommes. Oder Bratkartoffeln. Mein Mann hat gesprochen. Dann habe ich fettarm Bio-Joghurt bekommen. Warum hast du mir das hingekauft? Sag mal. Ich habe zu Justus gesagt, nimm mir mal da bitte Joghurt mit. Ich werde deine fettigen Salatsoßen nicht mehr essen. Deshalb habe ich jetzt hier Fettarmen-Bio-Joghurt. Ja, für den Salat. Und dafür kriegst du ein Küsschen, ne? Also kein Schwank mehr in den Salat. Ach so, das ist der Joghurt, den du merkst. Weil Justus war bei der Kühltheke, ne? Da habe ich gesagt, komm, bring mir Joghurt mit. Ich habe Lust auf Joghurt. Lecker. Joghurt, einfach Kirschjoghurt. Darf ich mal ganz kurz hier was abkippen? Damit ich stampfen kann. Ach, du willst stampfen? Du kannst auch stampfen. Ich kann in die Wette stampfen. Erst stampfst du, dann stampf ich. Das will keine Lust mehr. Dafür, dass du gesagt hast, wir brauchen sowas nicht. Dann willst du jetzt direkt als Erster. Ja, ich hätte jetzt mit dem Pürierstab gearbeitet, oder? Man kann doch bestimmt, dass du mit dem Mixer da auch reingehst. Ja, dann wird dann genauso wie Pürierstab. Nein, Pürierstab ist doch dann ganz stüm. Nein, das wird dann einfach so matschelig. Du hast noch ein bisschen Milch dazu und dann Salz und dann stampfen. Hier ist er. Du musst ihn noch einmal abwaschen für dich. Soll ich jetzt stampfen? Ich dachte, du willst stampfen. Jetzt habe ich keine Lust, dass ich stampfe. Ja, wer stampft denn jetzt nun von uns beiden? Komm, ich mache noch meinen Rollstuhl und dann mache ich den Stampf. Ziegenkäse. Ich liebe ja Ziegenkäse. Wir machen auf jeden Fall wieder Ziegenkäsesalat. Haben wir das schon mal gezeigt? Doch, haben wir das schon mal gezeigt, wie wir das machen mit Ziegenkäse. Kandierten Ziegenkäse. Ja, noch eine Morgen, aber nicht. Auf Salat. Uh, das schmeckt so gut. Also Ziegenkäse hat ja diesen besonderen Geschmack richtig, richtig gut. Die Kinder lieben das auch. Kandierten Ziegenkäse auf Salat. Wirklich. Macht das. Das ist so toll. Dann habe ich hier noch, ja, einfach nur Mozzarella. Für Tomaten Mozzarella oder auch zum Überbacken so ein bisschen drüber. Dann noch Käse. Also noch ganz viel Brotaufstichzeug. Das zeige ich dir jetzt nicht. Wir haben jetzt mal Milch gekauft. Dann haben wir Tiefkühlwaren gekauft. Und zwar liebe ich ja Jakobsmuscheln. Das weißt du ja schon. Ich habe mir jetzt wieder welchen geholt. Also einfach zum Grillen entweder oder zum Braten oder ab in den Braten. Backofen. Wo ist mein Lachs? Okay, Lachs haben wir auch noch geholt. Und da drin ist noch Hähnchenbrustfilet von diesen Hühnern, die so gelbes Fleisch haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das sind diese Maishähnchen, sind das glaube ich? Nee, nee, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ernähren die sich total gesund. Sind so Biohähnchen und haben eben so gelbes Fleisch durch ihre besondere Ernährung. Und wir kaufen eigentlich nur noch solches Hähnchenfleisch. Gut, hast du eine Rosmarine aus dem Garten geholt? Die ist so süß. Die ist so süß jetzt so. Was sind das für Chips? Chips Cracker. Hat Justus gekauft. Wollte mal probieren. Ringleaves. Wer kennt die Ringleaves? So, die sind echt lecker. Dann hatte ich letztens in der Insta-Story gezeigt, dass sie auf dem Ausflug waren. Und da hatte ich Cracker mit dabei. Also so Kekse. Und die sind so lecker. Die hatten wir zum ersten Mal gekauft. Kann ich sehr empfehlen. Aber die gibt es schon seit 1000 Jahren. Gibt es schon seit 1000 Jahren. Und zwar sind das diese hier. Da wollte ich eigentlich in der Insta-Story noch die Verpackung zeigen. Hatte ich aber dann schon weggeschossen. Also die heißen Ritz. Ritz ist ein gutes Restaurant. Achso im Nobel-Restaurant Ritz meinst du? Ach, da hat er da jetzt so ein bisschen. Also weil ich jemand was anderes gedacht habe. Also sehr lecker. Die habe ich dann einfach in der Tupperdose dann zum Ausflug mit dabei. Das mag Justus gerne. Also er mag das total gerne. Deswegen. Und dann haben wir noch Kohlrabi zweimal. Und dann haben wir noch Gewürz. Und das war's. Ach nee, das habe ich auch noch gekauft. Genau. Und zwar Zimt. Wir haben tatsächlich gar kein Zimt zu Hause. Letztens wollte ich Zimt auf meinen Porridge machen. Ein Apfelkuchen. Ja, also irgendwie. Keine Ahnung, warum wir kein Zimt haben. Jetzt habe ich Zimt. So, jetzt können wir endlich richtig leckere Sachen am Ende essen. Ey, ich habe das letzte Mal so eine Zimtstange, die du gekauft hattest. Die hast du gerubbelt? Nee, ich habe die. Das hätte ich vielleicht prügerweise machen können. Auch habe ich nicht gemacht. Ich habe sie einfach in Gänze in den Apfelkompott reingetan. Ja. Und dann nachher wieder rausgefischt. Und Butter, ne? Ja. Und Salz. Zum ersten Mal machen sie sich schon wieder lustig. Ein paar aus der Community. Das ist mir egal. Badezimmer und Fenster. Ja, energetische Samin heißt es. Dafür gibt es dann immer Förderkredite und das ist, da kommen wir jetzt mit rein. Und das müssen wir dann irgendwie beantragen oder wie machen wir das? Ja, netterweise. Ich habe wieder 4.000 Formulare für ihr, aber er hat gesagt, das machen wir uns zusammen. Ach, guck mal. So einen tollen Architekten, ne? Soll ich dir auch schon irgendwas helfen hier mit dem Huhn? Gerne, mein Schatz. Ich bin doch hier am stampfen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, mein Schatz. So muss Kartoffelstampf aussehen, weißt du? Nicht so eine breiige Soße, die wir sonst immer hatten, wo das schon so runterläuft, so eklig, sondern so. Das ist Kartoffelbrei. Richtig lecker. Mittagessen. Alle Kinder sind auch wieder daheim. Wir sind sehr glücklich, wenn es hier immer volle Bude ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt zum ersten Mal ein richtigen Kartoffelpüree. Sehr viel Dank. Mit leckerer Soße. Dann haben wir hier Hähnchen, Brokkoli und Salat. Guten Appetit. Danke. Justus. Du glaubst nicht, was passiert ist. Möchtest du das selbst erzählen? Ne, brauche ich ja nicht. Ist ja alles gut. Du wirst es nicht glauben. Hast du Beweisstück A mitgebracht? Nein, das ist... Zeig mal Beweisstück A. Ich habe nur schöne Fotos mitgebracht. Schöne Fotos von... Justus. Loki, mach das... Ich will das jetzt zeigen in der Community. Komm jetzt hierher. Ich will, dass du da jetzt... Nein, das... Rede und Antwort... Ist ja alles gut gebrochen? Das brauchen wir ja gar nicht. Komm jetzt hierher. Justus kann ja nicht so gut flunkern. Das wissen wir mal ja. Du glaubst nicht, was passiert ist. Also, Loki ist ja immer draußen. Das weiß er schon. Er ist dann immer am Streunen und so. Und eines Nachts... Gestern... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Es war ja folgendermaßen. Er ist dann abends nochmal kurz rausgelaufen und ist dann nicht wiedergekommen. Und dann dachte ich, okay, dann warte ich jetzt mal einen Augenblick noch und habe ihn gerufen. Er ist nicht gekommen und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt duschen. Und dann rufe ich ihn danach nochmal. Und dann, was ist dann passiert? Ja, dann... Dann bin ich ins Bett gegangen. Dann hat der Justus den Loki vergessen. Ja, aber er hätte ja auch mehr miauen können oder sowas. Justus. Wenn er reinrollen würde. Sagen wir mal so, man kann ja mal eine Katze vergessen. Ja, das heißt, mein geliebter Ragdoll, verwöhnter Kater war also die ganze Nacht draußen. Und es ist schon kalt draußen, muss man sagen. Es war jetzt kein schönes Wetter. Und? Tja, ja, alles ist... Jetzt ist alles wieder gut. Nee, nee, nee. Heute Morgen hat Justus das gemerkt. Und was hast du dann getan? Hast du es mir dann erzählt? Nee, ich dachte, möglicherweise gäbe es Unfrieden. Unverständlicherweise. Nee, ich bin... Ja, denn der Loki war ja immer noch nicht da. Ich bin frühmorgens ja dann aufgewacht und habe gemerkt, dass nur eine Katze zum Fressen kommt. Ja. Und da habe ich mich gewundert, wo denn die zweite Katze ist. Und da ist mir eingefallen, Mensch, da war doch was. Der Loki, da bin ich rausgelaufen. Hast du Panik bekommen, ne? So ein bisschen schon, ja. Hast du uns allen aber nichts erzählt, ne? Nee, erst mal nicht. Weil ich dachte, vielleicht ist er ja da. Und dann war er nicht da. War er nicht da? Nee. Der war nicht da. Und dann hat er das hier gemacht. Nee, nee, eigentlich... Ich habe ja überall gesucht und das hast du noch nicht mitgekriegt. Das habe ich auch gar nicht erzählt. Ich bin dann erst mal hier mit dem Fahrrad die Straßen abgefahren, weil ich dachte, vielleicht ist da irgendwo ein Kater, der jemanden anmauzt oder was zu Fressen haben möchte. Und dann habe ich ganz schnell, wollte ich das Ding fertig machen, weil ich dachte, wenn ich das jetzt schnell irgendwo aufhänge... Du kannst ja echt nicht lügen. Weißt du was? Ich habe schon so ein bisschen was geahnt. Du hast nicht gemerkt, dass da eine Katze fehlt. Nee, aber ich habe geahnt, dass da irgendwas im Busch ist. Ja. Und ich habe immer gesagt, nee, alles ist gut. Ja. Es ist ja auch alles jetzt. Ja. Und weißt du, wo der Kater dann war? Der war nämlich beleidigt. Der war richtig sauer. Dass er die ganze Nacht draußen verbringen musste. Das kennt er ja nicht. Der ist ja so ein verwöhнter Kater. Das schüttet er mal bei Johann im Bett, ja. Ja. Dann hat er sich in einem Schuppen versteckt, ne? Und da kam er ja noch nicht mal, als wir ihn gerufen haben. Oh Gott, ja. Dann kam er gar nicht. Also ich bin hier wirklich rumgelaufen, habe rausstolziert, total beleidigt. Und das Viech ist nicht gekommen. Und dabei hockt er da im Schuppen. Ja, im Schuppen. Und ich habe noch in den Schuppen reingeguckt. Ich weiß, ich habe noch einen Schuppen. Der ist vielleicht nicht ganz aufgeräumt da. Okay. Kann er sich da verstecken, ja. Dann hat er sich da versteckt, irgendeine Ecke. Und dann, als ich das Ding ausdrucken wollte und allen gestehen wollte, möglicherweise ist der Kater verschwunden. Da hören wir draußen den Miauen. Wir wären alle sehr, sehr traurig gewesen, ne? Wenn dieser wunderschöne Kater, wo ist er eigentlich jetzt gerade? Der ist immer noch beleidigt. Oh Gott, was das für ein Schock war. Und der ist noch nicht mal aus diesem Schuppen da rausgekommen, sondern der hockte dann immer noch im Schuppen. Und dann wollte Justus dieses Beweisstück, ja, wollte er ja vernichten, ne? Was wolltest du eigentlich? Finderlohn? Ja, das... Steht da sogar auch drauf. Justus... Ja, erzähl mal. Um Ärger mit meiner Frau zu ersparen, 100.000 Euro. Was? Weil ich nicht irgendwas, irgendwas hohes, damit ich ganz schnell gefunden werde. Ja, wie viel machen... Also... Oder ich hätte schnell eine neue gekauft. Ich merke einer. Du hast ihn vergessen. Ich habe nicht vergessen, er ist nicht... Ich habe ihn gerufen, er ist nicht gekommen. Selber schuld. Ja, das ist jetzt deine Ausrede. So, jetzt weißt du mal, was hier passiert ist. Innerlich war das schon... Du bist für mich wie ein offenes Buch. Ich habe direkt gemerkt, irgendwas ist da noch. Irgendwas ist doch nicht... Du meinst, dieses herumgeschleicht und dieses Verstummende, das war sehr auffällig. Auch Panik, Justus. Man hat es dir angesehen, dass du auch... Das wäre ja echt schwierig. Weil Justus mag, liebt ja den Loki, ne? Ja, ich mag ihn auch gerne, okay. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.